Hallo ich bin Siri, ich zeige dir den ultimativen Trainingsplan für alles, ganz neu auch in deinem Fit for Life. Du beginnst den Aufenthalt mit dem gemütlichen Umziehen, um dich dann sofort deiner Lieblingsübung dem Kreuzheben zu widmen. Hier genügen in der Regel zwei Wiederholungen. Du kannst dich dann zeitnah bequem zum Langhandelrudern begeben. Keine Angst, hier kannst du absolut nichts falsch machen. Für Übungen am Kabelzug suchst du dir am besten einen Trainingspartner, um die Übung richtig auszuführen. Auch das Schulterdrücken geht dir danach mit deinem Trainingspartner locker von der Hand. Normalerweise eine sehr anstrengende Übung. Die nächste Übung, bei der es auf Kraft und eine saubere Ausführung ankommt, sind Liegestütze. In dieser Version solltest du keine Schwierigkeiten haben, Rekorde aufzustellen. Für die Lieblingsübung vieler warum auch immer, kannst du dir ruhig Zeit lassen. Sie tut echt gut. Einmal richtig Bankdrücken, und der Tag ist gerettet. Bei den Reverse Flies hingegen ist Ausführung alles. Du musst akribisch und sauber mit perfekter Körperhaltung vorgehen. Achte auf die richtige Armhaltung und gleichmäßige Bewegungen. Immer bei der perfekten Landung ausatmen. Für die geistige Bildung und Entspannung nach einem harten Workout haben wir für jeden etwas da. Von Goethe bis Shakespeare. Das verstehe ich nicht. Bitte vergesst für eure Mittrainierenden nicht, die Geräte und Maschinen gut zu desinfizieren. Das verstehe ich auch nicht. Nun ist es geschafft. Jetzt zum Abschluss und zur Regeneration einen leckeren Kaffee to go. Bis zum nächsten Mal. Dein Fit4Life Team freut sich auf dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020